Die Erzähltheorie oder Erzählforschung ist eine interdisziplinäre Methode der Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften und Sozialwissenschaften, die eine systematische Beschreibung der Darstellungsform eines Erzähltextes anstrebt. Die englische Bezeichnung lautet Narratology, die französische Narratologie. Deshalb taucht auch im Deutschen der Begriff Narratologie auf. Die Bezeichnung Narrative hat sich dagegen nicht allgemein durchgesetzt. Ihr Gegenstand ist jede Art des erzählenden Textes, von der erzählenden Literatur über Geschichtsschreibung bis hin zu Interviews, Zeitungsartikeln, Spielfilmen oder Witzen. Fächer, in denen die Erzähltheorie eine wichtige Rolle spielt, sind Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft, Geschichtswissenschaft und Soziologie. Die neuere Erzähltheorie wurde ab 1915 in Ansätzen vom russischen Formalismus entwickelt und vom Strukturalismus seit den 1950er Jahren weiter ausgearbeitet. Der strukturalistische Ansatz mit späteren Ergänzungen ist bis heute maßgeblich. Wichtige Theoretiker der Narratologie sind Gerard Schnett, Claude Louis-Wi Strauss, Roland Barth, Roman Jakobsen, Juri Lothmann, Tz. W. Tantodorf und Paul Richeler. Teilweise wird die Narratologie durch die Semiotik ergänzt. Kritisiert, aber auch entscheidend erweitert wurde die Erzähltheorie durch den Poststrukturalismus. Jüngere Richtungen der Narratologie 2005 vertraten James Phelan und Peter J. Rabinowitz die Ansicht, dass es zwei Arten gibt, Erzähltheorie zu betreiben. Einerseits versucht man grundlegende Prinzipien des Erzählens zu bestimmen. Dann arbeitet man in der strukturalistischen oder klassischen Erzähltheorie. Das wird vor allem seitens der Vertreter von poststrukturalistischen Ansätzen für altmodisch gehalten. Weil es die Werke auf zu leblose Weise betrachte. Diese Richtung ist aber noch lebendig und es werden auch weiterhin interessante Arbeiten produziert. Die andere Art sorgt für Bewegung auf dem Gebiet der Erzähltheorie. Phelan und Rabinowitz haben z.B. mit dem Begriff Theory Practice ein Vorgehen bezeichnet. Bei dem bestimmte theoretische Hypothesen daran gemessen werden, was herauskommt, wenn man deren interpretatorische Konsequenzen dafür einsetzt. Die Hypothesen zu prüfen. Zudem wurde das Theoretisieren des Erzählens über die Jahre auf immer mehr Felder ausgedehnt und bezieht nunmehr historische, politische und ethische Fragen ein. 2009 verfasste Ansgar Nünning eine Liste mit 16 kontextualistischen und kulturalistischen Richtungen der Narratologie. Sofern sie in den Literary and Cultural Studies Anwendung fänden und ordnete die Namen einzelner Vertreter zu. Manche von ihnen mehreren dieser Richtungen, etwa Monika Fludernick und sich selbst. 2011 geben die vier Herausgeber des Bandes Strange Voices in Narrative Fiction in ihrer Einleitung zu bedenken, dass einerseits die Erweiterung des Feldes narratologischer Studien wertvoll ist, andererseits aber die Gefahr besteht, dass spezifisch literarischen Qualitäten zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Sie benennen als Tatsache, dass literarische Erzählweisen excel in the construction of and playing with the strangeness of the written. Narrating Voice Analysekategorien nach Genet Die strukturalistische Erzähltheorie nach Genet wurde an literarischen Texten entwickelt. Ihre Analysekategorien sind daher auch hauptsächlich auf die Epik bezogen. Ein erzählender Text kann nach folgenden Kategorien analysiert werden. Zeit, Modus der Erzählung, Stimme des Erzählers Die Zeitebene einer Erzählung kann nach Genet in drei Kategorien analysiert werden. Ordnung, Dauer und Frequenz In vielen erzählenden Texten ist die chronologische Reihenfolge der erzählten Ereignisse nicht identisch mit dem sprachlichen Ablauf der Erzählung. Selbst Es gibt etwa Fälle, in denen der eigentliche Schluss der Handlung ganz am Anfang des Textes steht oder wo zum Schluss noch einmal zu einer dramatischen Situation rückgeblendet wird. Generell spricht man in allen Fällen von einer Anachronie. Es gibt verschiedene Formen von Anachronien. Analypse ist eine Rückblende, ein Zeitsprung in die Vergangenheit. Für Genet sogar jede nachträgliche Erwähnung eines vergangenen Ereignisses wird absichtlich ausgeblendet oder etwas beiseite gelassen. Spricht man von einer Paralypse. Prolepse Wird das gleiche Ereignis später noch einmal erzählt, ist es eine repetitive Prolepse. Anachronie ist ein Extremfall der Anachronie. Die chronologische Reihenfolge ist nicht rekonstruierbar. Ellipse nennt man eine Auslassung von Ereignissen in der Erzählung. Es handelt sich aber nicht um eine Anachronie, sondern um eine Beschleunigung des Erzähltempos. Die Dauer bezieht sich auf das Verhältnis zwischen der Zeitspanne, die das Erzählen im Verhältnis zum Erzählten einnimmt. Also das Verhältnis von Erzählzeit und Erzählterzeit. Die Beschreibung eines Blitzes, der nur Sekundenbruchteile andauert, kann in einer Erzählung mehrere Seiten einnehmen. Man spricht dann von einer zeitdehnenden Erzählweise, da hier der Vorgang viel länger dauert als das erzählte Ereignis. Umgekehrt können in einer Erzählung Jahrhunderte in knappen Worten erledigt werden. Dies wäre ein Fall von starker Zeitraffung. Wenn das Geschehen und die Erzählung in etwa den gleichen Zeitraum einnehmen, spricht man von zeitdeckendem Erzählen. Dies kommt beispielsweise oft bei Dialogen vor. Man spricht auch von einer Szene. Extreme Formen sind die Ellipse und die Pause. Bei der Ellipse wird meist Unwichtiges im Erzählen weggelassen. Die Erzählung steht still, während das Geschehen weitergeht, sodass der Eindruck eines Zeitsprungs entsteht. Die Pause hingegen bezeichnet den Stillstand der Handlung, während die Erzählung fortläuft. Indem beispielsweise Abschweifungen oder nicht für die Handlung relevante Betrachtungen vorgenommen werden. Frequenz-Singulativ Was einmal geschieht, wird genau einmal erzählt. Repetitiv Was einmal geschieht, wird mehrmals erzählt. ZB Wenn ein Geschehen aus der Sicht verschiedener Personen dargestellt wird oder bei Wiederholungen. Iterativ Was mehrmals geschieht, wird einmal erzählt. ZB Wie jeden Morgen um sechs stellte er sich nach dem Aufstehen unter die Dusche. Der Grad an Mittelbarkeit und der Perspektivierung des Erzählten. Distanz Mittelbarkeit Narrativ Mit Distanz erzählte Rede Transponierte Rede Steht, was den Grad an Distanz bzw. Mittelbarkeit betrifft, zwischen der dramatischen und der narrativen Rede. Die transponierte Rede umfasst die indirekte Rede und die erlebte Rede. Dramatisch Innerer Monolog Hauptartikel Fokalisierung Nullfokalisierung Der Erzähler weiß mehr als die Figur. Interne Fokalisierung Der Erzähler weiß genau so viel wie die Figur. Externe Fokalisierung Der Erzähler weiß weniger als die Figur. Frage Wer spricht eigentlich? Unter dem Blickwinkel der relationalen Zeitposition wird folgendermaßen unterschieden. Spätere Narration Die klassische Position der Erzählung in Vergangenheitsform. Frühere Narration Prädiktive Erzählung im Allgemeinen im Futur, kann aber auch im Präsens vorgetragen werden. Gleichzeitige Narration Erzählung im Präsens begleitet die Handlung simultan. Eingeschobene Narration Zwischen die Momente der Handlung eingeschoben. Die Kategorie Person beschreibt die Positionierung des Erzählers relativ zur erzählten Welt. Homodygetisch Der Erzähler ist Teil der Diägese. Heterodygetisch Der Erzähler ist kein Teil der Diägese. Und Rezipient des Textes ist. Er wird nur explizit oder implizit dargestellt. Autodygetisch Der Erzähler ist zugleich die Hauptfigur, der Erzähler erzählt gewissermaßen seine eigene Geschichte. Der extradigetische Erzähler ist der Erzähler, der die äußerste Handlung erzählt. Kommt in dieser Erzählung wieder ein Erzähler vor, so handelt es sich um einen intradigetischen Erzähler. Das, was er erzählt, ist eine metadigetische Erzählung. Ein metadigetischer Erzähler erzählt eine metadigetische Erzählung USW. Es gibt einige weitere Ansätze der Erzähltheorie, die mehr oder weniger in sich geschlossene Modelle bilden. Das typologische Modell der Erzählsituationen nach Franz K. Stanzel unterscheidet auktoriale Erzählsituationen. Es gibt einen allwissenden Erzähler, welcher sich jedoch nicht neutral zur Handlung verhält und sich immer wieder kommentierend und bewertend in die Handlung einmischt. Personale Erzählsituation Erzählung Aussicht einer bestimmten Figur Ich-Erzählsituation Es wird in der ersten Person erzählt Miese ohne beim, zurückgehend auf andere geht Unzuverlässiges bzw. Unglaubwürdiges Erzählen Weitere Ansätze ergeben sich durch eine Kombination der klassischen Narratologie mit anderen Disziplinen, Medien und Genres sowie der Beeinflussung durch poststrukturalistisches Gedankengut. Beispiele hierfür sind die feministische Narratologie, die kognitive Narratologie oder die linguistische Narratologie. Die neuen Ansätze sind nur zum Teil gut ausgearbeitet, bieten aber ein weites Feld für weitere Theorien. Unter dem Erzählschema versteht man allgemein die Struktur der linearen Abfolge der Elemente einer Erzählung auf der Ebene der Ereignisse und Handlungen. Neben der Istware-Ebene gibt es die Ebene des Diskurs, das ist die konkrete sprachliche Ausgestaltung des Textes. Bei der Analyse des Erzählschemas wird sie nicht berücksichtigt. Wenn man ein Erzählschema analysiert, geht man folgendermaßen vor. Zunächst untersucht man, in welcher Abfolge die Ereignisse in der Erzählung erzählt werden und ordnet sie linear abstrahiert von dazu einem Schema. Ein Mord geschieht, die Polizei untersucht den Fall und steht vor einem Rätsel. Der Detektiv wird beauftragt, die Hauptverdächtige flirtet mit. Dem Detektiv ein weiterer Verdächtiger wird befragt. Diese Abfolge kann man weiter abstrahieren. Verbrechen, Suche nach dem Täter, Verhaftung. Damit erhält man ein sehr simples Schema des Kriminalromans. Vergleicht man beispielsweise mehrere Erzählungen eines Autors, kann man feststellen, ob der Aufbau der Erzählung auf der Ebene des Diskurs immer gleich verläuft, ob die Abfolge variiert etc. In der Literatur sind bestimmte Erzählschemater so erfolgreich, dass sie von vielen Autoren übernommen werden. Z. B. Der Bildungsroman, die Kurzgeschichte, die Novelle. Natürlich gibt es hier im Einzelfall wiederum Abweichungen vom Schema oder es werden neue Schemater entwickelt. Das konventionellste Schema eines erzählenden Textes wird im Schulunterricht gelehrt. Es besteht aus einer Exposition, in der die handelnden Figuren vorgestellt werden, einem Hauptteil, in dem die Handlung entwickelt wird und der mit einem dramatischen Höhepunkt endet, gefolgt von einem Schluss. Das Schema stammt eigentlich aus der Dramenanalyse, geht in Ansätzen auf Aristoteles zurück und findet sich ausformuliert erst bei Gustav Freitag. Raummodell nach Juri M. Lotmann Siehe, Fiktionalität, Faktualität Es ist schwierig, eine klare Unterscheidung zwischen Fiktionalen- und Faktualen-Texten zu finden. Einerseits wird in vielen Faktualen-Textsorten mit Techniken gearbeitet, die als charakteristisch für fiktionale Literatur gelten. Andererseits beziehen sich die meisten Fiktionalen-Texte auf Orte, Zeiten und Sachverhalte der Wirklichkeit, die Die Fiktion besteht fast ausschließlich aus fiktionalisiertem Realem. Fiktionssignale sind alle Merkmale, die die Fiktionalität eines Werkes anzeigen, sprich alle Merkmale, durch die sich fiktionale Texte als solche zu erkennen geben. Der Gebrauch von Fiktionssignalen unterliegt historischem Wandel und ist durch Konventionen bedingt. Formale Fiktionssignale beschreiben das Wissen des Lesers um die Hintergründe der Entstehungssituation der Erzählung, der Rezeption und der Kommunikationssituation, sie sind daher kontextuell. Durch die Gattungsangabe kann ein Fiktionsvertrag mit dem Leser entstehen. Textinterne Fiktionssignale betreffen die innere Ordnung und Organisation des Textes, beispielsweise Zeit, Erzählsituation, das Verhältnis ANP. In der Autobiografie gibt es eine spezifische Übereinkunft zwischen Verfasser und Leser, den autobiografischen Pakt. Die Identität von Autor, Erzähler und Protagonist garantiert dem Leser den Faktor in Status des Textes. Der Autor birgt mit seinem Eigennamen nicht für Exaktheit, sondern für aufrichtiges Bemühen. Soziokulturelle Funktion des Erzählens In der Biosoziologie, einem Teilbereich der Soziologie, wird von manchen Forschern die These vertreten, dass die Geschichte des Menschen mit der Erfindung des Erzählens beginnt. Es gibt keine Möglichkeit, diese Hypothese empirisch zu belegen, vielmehr ist damit gemeint, dass das Menschsein sich zentral über die Fähigkeit des Erzählens definiert. So geht man in der Soziologie davon aus, dass in vielen Völkern der Urzeit ebenso wie bei manchen noch heute existierenden Stämmen, die keine Schrift kennen, der Erzähler eine wichtige soziale Funktion hat. Ein Erzähler trägt die Mythen, Genealogien, Märchen und Sagen eines Volkes mündlich weiter. Dadurch bildet er das soziale Gedächtnis seines Stammes. Weiterführende Artikel hierzu Kritik an der Narratologie 1990 gelangte Christine Brugrose zu der Einschätzung, dass Narratologie selbst kaum mehr als Geschichten erzählen sei, auch wenn es als eine gute Geschichte anzusehen sei. Narratologie werde aber dann trivial, wenn sie sich darauf verlegt, Gesetzmäßigkeiten von universaler Gültigkeit zusammentragen zu wollen. Interessant sei es immerhin, wenn sich analytisches Interesse wegwende von Text als Objekt und hin zum Leser, von dem angenommen wird, dass er diese Strukturen internalisiert habe und gelernt habe, sie zu erkennen. Narratologische Forscher würden allerdings den Eindruck machen, sie selbst hätten die Erfahrung dringend nötig, was passiert, wenn sie einen Text nicht ohne Hindernisse verstehen. Sehr nützlich sei Narratologie gewesen, um einzelne Mechanismen von Sprache und Text genauer zu bestimmen. Aber Diskussionen über narratologische Phänomene seien in der Selbstbezüglichkeit stecken geblieben, ähnlich wie der postmoderne. Roman Jede Phase habe eben die Rhetorik, die sie verdiene, resümiert Brugrose. Siehe auch Erzählperspektive Erzählverhalten Erzählhaltung Erzähltechnik Point of View Intertextualitätstheorie Hermeneutik Textinterpretation Narrative Bibel Exegese Diägese Diägeses Narratives Interview Mimesis Diskursanalyse Sympraxis Chronotopos Lodologie Erzählther Erzählthren Erzähl Erzähl Erzähl